So liebe Fans, damit haben wir jetzt schon erkannt, wer der Gegner von Goldberg sein wird, der beeindruckender Weise durch die WCW und all ihre Wrestler marschiert. Glacier, ein Hoffnungsträger, lange Zeit bei World Championship Wrestling. Er muss sich jetzt gegen einen neuen Hoffnungsträger beweisen, nämlich gegen Goldberg. Musik 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 Ja, aber hallo, da bleibt einem ja gerade die Spucke weg, liebe Fans, da staunen wir beide hier gerade, Glacier beginnt eindrucksvoll gegen Goldberg, aber vielleicht war das auch nur ein Strohfeuer, denn, nein, er will es wirklich wissen, meine Herren, und da reißt er die Augen auf, hallo, na alle da, klar, ein Heimspiel, Oli, du hast es gesagt, für ihn, ein Heimspiel in Oklahoma, der Mann aus Tulsa in Oklahoma, also, so, praktisch hier zu Hause, wäre es nicht peinlich hier gegen Glacier zu verlieren, sieht nicht so aus, also Glacier ist nun wirklich, was seine Marshall-Arts Fähigkeiten angeht, ein, ein Könner, seine Kicks sind bestimmt nicht ohne, aber das prallt alles an Goldberg, mehr oder weniger ab und der hat vielleicht die passende Antwort, nämlich den Jack Hammer, und tschüss, Jack, und, 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 das war's, eins und zwei und lockere drei, Gala Vorstellung für die Fans, Ich denke auch mal aus der Heimatstadt, da werden viele angereist sein, um Goldberg hier siegend zu sehen, wow, und das gegen Glacier, einen ehemaligen Hoffnungsträger bei World Championship Wrestling. Er ließ es so einfach aussehen, ein Spear-Tagler, ein Jack Hammer und schon war das Ganze gegessen. Wer ist eigentlich der Nächste? Ich meine, Goldberg hat schon so viele Wrestler besiegt. Irgendwann muss er doch mal auf einen Mann wie, meinetwegen, Diamond Dallas Page treffen. Oder Jim B. Albert Neinhardt. Das ist natürlich auch die Frage, ne, who's next? Das ist sein Motto. Brauche ich ihn? Ich glaube, den müsst ihr nur mit einem kleinen Finger antippen. Wenn überhaupt. Oh nein, Herr Goldberg, ich habe hier kein Lust, ich nehme mich hin. Ich habe hier kein wells, Herr Goldberg, ich habe hier verhalten. Ich habe hier kein Wasser proper für eine prescription. Ich habe hier Mattucht, der Monkart angeht. Ich habe hier� in derнем Fl competitive avec Christian Bremen. Ich habe jetzt einfach ein Kan haven, dass meine Liebe gewandt, die Ahnung hat einfach nur academy, Oder ich habe hier mit einem Mitarbeitern. Vielen Dank.